William K. Stewart, Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes und die Töchter des Bösen Die neuen Abenteuer, Folge 11 Erzählt von Rupert Pichler Nachdem sich Holmes monatelang beharrlich geweigert hatte, mit mir ans Meer zu fahren, führte uns im Frühling 1885 ein neuer Fall immerhin in unmittelbare Küstennähe. Bristol, der Ort unserer Ermittlungstätigkeit, war über die Flussmündung des Avon bzw. des Seven zumindest an die Bucht des Bristol-Kanals angebunden. Die Zugfahrt von London nach Bristol auf der Great Western Mainline war in überschaubarer Zeit zu bewältigen. Vom Bahnhof Paddington aus ging es über rund 120 Meilen durch Reading, Swindon und Bath nach Temple Meads, ein wenig südöstlich des Stadtzentrums unseres Zielortes gelegen. Wie üblich erfreute ich mich während der Fahrt alleine an Landschafts und Bauten, wobei so einiges entlang der Strecke äußerst bemerkenswert war. Die Route führte zunächst entlang des Thamesetals, wobei es drei Flussquerungen gab, darunter die Eisenbahnbrücke von Maidenhead. Ebenso ging es über das Viadukt von Warncliffe sowie die Avonbridge kurz vor der Ankunft. Dazwischen fuhren wir durch den Boxtunnel, der vor über 40 Jahren, Magelsdynamit, von tausenden Arbeitern per Hand aus dem Gestein geschlagen wurde und seinerzeit mit über 1,8 Meilen der längste Eisenbahntunnel der Welt war, sowie entlang der prächtigen Anlagen von Sydney Gardens. Die natürlichen Schönheiten Englands oder die Meisterwerke der britischen Ingenieurskunst, Architektur, Landschaftsplanung und Gärtnerei tangierten den schweigenden und in Gedanken versunkenen Holmes freilich nicht einmal peripher. Jedes Mal, wenn ich ansetzte, den Mund zu öffnen, um ihn auf dies oder jenes hinzuweisen, das durch das Fenster unseres Abteils zu sehen wäre, fiel er mir ins unausgesprochene Wort und fragte erwartungsvoll, »Sind wir etwa schon da?« Nun, zumindest im Falle der Brücke über den Avon River konnte ich bejahen. »Ich gratuliere, Holmes«, antwortete ich, »Sie haben es geschafft. Wir erreichen in Kürze Bristol Temple Meats.« Der Name des Endbahnhofs verwies auf den historischen Templerorden, der hier vor Jahrhunderten seinen englischen Hauptsitz hatte. Bristols Gegenwart war weniger glänzend. Als Handelshafen war die Stadt in den letzten Jahrzehnten gegenüber Liverpool deutlich ins Hintertreffen geraten, insbesondere seit das einst wichtige Handelsgut im Empire nicht mehr vertrieben werden darf. Bis zum Beginn unseres Jahrhunderts war Bristol ein bedeutender Knotenpunkt des amerikanisch-afrikanischen Sklavenhandels gewesen. Auf meine diesbezüglichen Unterrichtungen reagierte Holmes unbeeindruckt. »Ihr pathetisches Interesse für die Vergangenheit sei Ihnen unbenommen, mein lieber Watson«, sagte er, »doch wir wollen uns dem Hier und Jetzt zuwenden und der Zukunft, soweit diese mittels Antizipation zu bestimmen ist.« Wir konnten natürlich beide noch nicht erahnen, welche unangenehmen Überraschungen die nähere Zukunft hier in Bristol für uns bereithielt. Die Gegenwart bestand jedenfalls in unserem aktuellen Auftrag. Mr. Mortimer Milburn, Direktor der hiesigen Welsingham School, eines privaten Internats für Mädchen und junge Damen der besseren Gesellschaft, hatte unsere detektivische Unterstützung erbeten. Eine seiner Lehrerinnen war ermordet worden. Im Sinne der Reputation der pädagogischen Einrichtung war eine rasche und lückenlose Aufklärung der Tat unabdingbar. Selbstredend, dass hierbei auch das nötige Fingerspitzengefühl zu beweisen war, denn die Schülerinnen der Welsingham School entstammten ausnahmslos der englischen Aristokratie sowie dem unternehmerischen Geldadel des Vereinigten Königreichs. Direktor Milburn hatte uns eine komfortable Kutsche zum Bahnhof geschickt, die uns zum Gebäudekomplex der Welsingham School brachte. Dabei handelte es sich um eine regelrechte Kopie ähnlicher Einrichtungen in England und Schottland. Die einzelnen Gebäude, Verwaltung, Unterrichtsräume, Quartiere lagen verstreut in einer Parkanlage mit wenigen Bäumen und vielen Rasenflächen, darunter auch Plätze zur sportlichen Betätigung. Der neogotische Baustil unseres Zeitalters, das wir inzwischen bereits nach der Queen als viktorianisch bezeichneten, war gewissenhaft, aber oberflächlich durchgeführt. Holmes erinnerte das Ambiente gewiss an seine eigene Studienzeit, wenngleich hier natürlich alles um einen relevanten Faktor kleiner war. Wir wurden umgehend in das Büro des Direktors geleitet, wo uns ein großer, hagerer Mann, glatt rasiert und mit kurzem weißen Haar, das seinem etwas fortgeschrittenen Alter in Sprache entgegentrat und sich als Mr. Mortimer Milburn vorstellte. Meine Herren, erklärte er, danke, dass Sie die Reise aus London auf sich genommen haben. Es freut mich, Sie kennenzulernen, doch wünschte ich, die Umstände wären andere. Nun, das ist verständlich, entgegnete Holmes. Doch sind es in aller Regel eben Umstände genau dieser Art, die unser Eintreffen begleiten und überhaupt rechtfertigen. Damit hatte Holmes einen wesentlichen Punkt getroffen, der zur Nachdenklichkeit anregte. Denn in der Tat waren alle Menschen, denen wir beruflich begegneten, naheliegenderweise Opfer eines Verbrechens, Zeugen, Hinterbliebene oder Täter. Ich sorgte mich einen Moment um meine gesellschaftliche Position, in die ich durch die Zusammenarbeit mit Holmes gedrängt worden war, ließ mir jedoch nichts anmerken. »Um keine weitere Zeit zu verlieren,« setzte Holmes fort, »schlage ich vor, dass Sie uns die präziseren Umstände nun erläutern, wenn ich bitten darf.« »Selbstverständlich,« antwortete Milburn, »wie Sie bereits meiner Nachricht entnehmen konnten, gab es einen Todesfall auf dem Anwesen unseres Instituts, wobei eine Fremdeinwirkung außer Zweifel steht. Wir haben uns gegenüber der hiesigen Polizei ausbedungen, ihren Expertenrat hinzuziehen zu dürfen, da es sich um eine durchwegs problematische Angelegenheit handelt.« »Das Mordopfer ist eine Ihrer Pädagoginnen,« warf ich ein. »Ganz recht, Dr. Watson,« bestätigte der Direktor. »Es handelt sich um Miss Claire Leblanche. Sie unterrichtete unsere Mädchen in der französischen Sprache.« »Französisch,« wiederholte Holmes leise für sich, um sich dann an Milburn zu wenden. »Was können Sie uns über Miss Leblanche sagen? Gab es Probleme? Hatte sie Feinde?« Milburn schüttelte entschieden den Kopf. »Keinesfalls,« erklärte er. »Miss Leblanche war ein herzensguter Mensch und überall beliebt, im Lehrkörper wie unter den Schülerinnen. Sie war seit dreieinhalb Jahren bei uns. Damals kam sie direkt aus Nord, hatte gerade ihre eigene Ausbildung abgeschlossen. Es ist entsetzlich, sie war erst dreiundzwanzig Jahre alt.« »Die junge Dame kam aus Frankreich?«, stellte Holmes fest. »Natürlich,« sagte der Direktor sofort. »Wie Sie sich denken können, stellen wir hohe Ansprüche in der Wissensvermittlung, nicht zuletzt bei den Fremdsprachen. Daher war es unerlässlich, über eine Lehrerin mit französischer Muttersprache zu verfügen. Ich werde mich ungeachtet, Herr Trauer, rasch um Ersatz kümmern müssen.« Während ich mir noch Gedanken machte, woher wohl der Lateinlehrer stammen würde, schritt Holmes kreisförmig durch das Büro und überlegte. Dann blieb er wiederum vor Milburn stehen und fragte, »Es ist für Sie also schwer vorstellbar, dass jemand von hier der Mörder von Miss Leblanche sein könnte?« Der Direktor seufzte. »Eigentlich schon,« erklärte er. »Ich kann mir keinen plausiblen Grund für diese Tat zurechtlegen. Jedoch ist es eine Tatsache, dass unsere Sicherheitsvorkehrungen das Eindringen eines Täters von außen weitgehend ausschließen. Dafür gab es auch keinerlei Hinweise.« »Also befindet sich der Täter aller Wahrscheinlichkeit nach noch unter uns hier im Internat?«, bemerkte ich. Milburn nickte betroffen. »Umso dringlicher verlangt die Angelegenheit nach Aufklärung,« meinte er mit ernster Miene. »Hier steht viel auf dem Spiel. Die Eltern unserer Schülerinnen zahlen viel Geld für deren Ausbildung und Unterbringung. Die Präsenz eines Mörders inklusive der damit verbundenen Unsicherheit gehört nicht gerade zu den Vorzügen, weswegen uns so viele, 117 sind es gegenwärtig, Töchter aus gutem und wohlhabendem Hause anvertraut werden.« Holmes zog die Augenbrauen nach oben. »Da Sie schon davon sprechen, Mr. Milburn,« sagte er, »nur scheinbar beiläufig.«, »worin bestehen denn die wahren Vorzüge Ihrer Einrichtung?« Der Direktor musste nicht lange nachdenken, sondern begann umgehend, das Selbstverständnis der Walsingham School zu deklamieren. »Wir erziehen die Damen der gehobenen Gesellschaft von morgen, die angehenden treuen Ehefrauen und Gesellschafterinnen der Oberschicht, ob adelig oder geschäftlich erfolgreich. Wir sorgen für Anstand und Pflichtbewusstsein, gute Sitten und standesgemäße Umgangsformen. Wir unterrichten die schönen Künste, aber vermitteln auch Wissen in Geschichte, Religion und Sprachen. Und nicht zuletzt, dies hebt uns von den gängigen Einrichtungen deutlich ab, setzen wir auch auf geistige und körperliche Ertüchtigung der Mädchen. Wir betreiben gesellschaftliche Spiel und sportlichen Wettkampf, soweit es den weiblichen Körper und Geist ziert. Selbstverständlich bleibt alles dem christlichen Glauben und seinen festen Werten zum Wohlwollen des Herrn untergeordnet. Dies gilt für die Schülerinnen wie für unser Personal. Ich verbat mir selbst den Mund, denn für dieses konservative und abgehobene Welt- und Frauenbild hatte ich nichts übrig. Wollte man die Mädchen zu selbstständigen, gebildeten und aktiven Mitgliedern der Gesellschaft erziehen, so fehlten jegliche Ansätze. Die Philosophie der Aufklärung, Naturwissenschaften und kritisches Denken standen natürlich nicht auf dem Lehrplan. Doch Holmes kam mir ohne dies zuvor. Ihre gottgefällige und bewahrende Pädagogik in Ehren, meinte er einigermaßen lakonisch, aber es ist wohl nicht zu leugnen, dass hier jemand gegen das fünfte Gebot verstoßen hat. Diese Person werden wir zum Wohlwollen des Herrn, versteht sich, überführen. Was mich zu der Frage führt, wie es zahlenmäßig um ihren Personalstand bestellt ist. Milburn hatte die Daten erwartungsgemäß im Kopf und erklärte, Wir beschäftigen an dieser Einrichtung 18 Personen. Zehn Lehrkräfte, davon sechs männliche und vier weimliche. Das heißt, durch jüngste Ereignisse sind es freilich nur noch neun Lehrkräfte. Verzeihen Sie. Hinzu kommt Miss Murphy, die unsere Mädchen in Bewegung und Sport anleitet. Mr. und Mrs. Moore sind unser Haushälter-Ehepaar. Mrs. Johnson hat die Hoheit über die Küche und wird dabei von Miss McNeil unterstützt. Mr. Floyd und Mr. Lloyd, pensionierte Soldaten des König-Walisischen Infanterie-Regiments, bilden unsere Sicherheitskräfte. Und Miss Bowers, meine Sekretärin, haben Sie ja bereits kennengelernt. Holmes nickte. Wir werden eine Liste brauchen, sagte er, und Angaben, in welchen Gebäuden wir diejenigen Personen üblicherweise antreffen können. Wir müssen schließlich alle befragen. Kommt noch Personal von außerhalb hinzu? Nur Reverend Newton, antwortete Milburn. Er steht der Christuskirche von Clifton Down vor und übernimmt unentgeltlich die Unterweisung unserer Mädchen in religiösen und Glaubensinhalten. Er ist die moralische Instanz unserer Gemeinschaft. Ich verstehe, meinte Holmes. Es bleibt zu hoffen, dass wir auf den Reverend nicht zurückkommen müssen. Wir wollen nun mit der Inspizierung des Tatortes beginnen. Danach möchte Dr. Watson das Opfer begutachten. Es geschah, wie von Holmes gewünscht. Der Direktor führte uns persönlich in das Wohngebäude der Lehrkräfte, wo Miss Leblanche ein kleines Apartment bewohnt hatte, bestehend aus Wohnzimmer mit Arbeitstisch und kleiner Teeküche, sowie einem Schlafgemach. Die sanitären Einrichtungen waren etageweise gemeinschaftlich organisiert, freilich für Männer und Frauen getrennt. Als Miss Leblanche vorgestern nicht zum Unterricht erschien, hat Miss Bowers in ihren privaten Räumlichkeiten Nachschau gehalten, erzählte Milburn. Uns war sofort klar, dass etwas passiert sein musste, denn Miss Leblanche war die Verlässlichkeit in Person. Sie wurde auf ihrem Bett liegend gefunden, im Nachtgewand. Wie es anhand der äußerlich sichtbaren Verletzungen bereits optisch zu vermuten war, konnten wir nur noch ihren Tod feststellen. Dann haben wir sofort die Polizei gerufen, denn es war offensichtlich, dass es sich um einen tätlichen Angriff handelte. Um einen Angriff welcher Art? fragte ich. Milburn zögerte. Nun, ich befürchte, sie werden sich diesbezüglich erst anhand des Leichnams selbst ein vollkommenes Bild machen können. Aber grundsätzlich wurde die arme Miss Leblanche erschlagen. Sie wies blutige Wunden am Kopf und am Oberkörper auf. Holmes, der nur mit einem Ohr zuzuhören schien, sah sich einstweilen in den Räumlichkeiten um. Mir fiel nichts Außergewöhnliches auf. Miss Leblanche war offenbar sehr ordentlich und reinlich gewesen, außerdem dürfte Wert auf eine angemessene Umgebung gelegt worden sein. Wasen, Bilder, kleine Porzellanfiguren und Häkelarbeiten schmückten die Gemächer. Der unmittelbare Schlafbereich stand dazu nun in einem deutlichen Gegensatz, denn man hatte den Tatort unverändert gelassen, um unsere Ermittlungen zu erleichtern. Das Bett war zerwühlt, die weißen Laken bräunlich-rot verfärbt vom getrockneten Blut des Opfers. Das Kopfkissen dürfte regelrechteren getränkt worden sein. Als Holmes dies in Augenschein nahm, stellte er fest, Miss Leblanche muss im Schlaf überrascht worden sein. Vermutlich verlor sie bereits beim ersten Angriff das Bewusstsein, danach dürfte jedoch wieder und wieder auf sie eingeschlagen worden sein, mit einem harten Gegenstand. Denn der Blutverlust ist immens dafür, dass keine Stichwaffen oder Messer im Spiel waren. Sie muss erhebliche und mehrere Platzwunden erlitten haben. Dann deutete Holmes auf die Tricolore, die an der Wand über dem Bett angebracht war und offensichtlich eine Reminiszenz an die französische Heimat des Opfers darstellte. »Sehen Sie das, Watson?«, fragte er. Ich betrachtete die Flagge und entdeckte eine rötliche Verfärbung im Mittelstreifen. »Das Blut ist bis an die Wand gespritzt,« stellte ich fest. »Sie schauen, aber Sie sehen nicht,« korrigierte mich Holmes. »Das sind keine Blutspritzer, das ist ein Schriftzug.« Nun nahm ich den weißen Streifen der Fahne genauer unter die Lupe. Tatsächlich dürfte hier, verstörenderweise mit Blut des Opfers, ein Wort gepinselt worden sein. »Was steht denn da?«, murmelte ich. »Das ist Französisch,« erklärte Milburn. »Das Wort lautet Roulure.« Ich legte die Stirn in Falten, denn dieses Vokabel war mir nicht geläufig. »Und was bedeutet das?«, fragte ich. Milburns Verlegenheit war offensichtlich. Er zögerte mit seiner Antwort. »Nun, ja,« sagte er langsam, »das ist ein sehr derber Begriff, eine abwendete Bezeichnung für eine Dame des Gewerbes, der käuflichen Liebe.« »Für eine Prostituierte?«, hakte ich nach. »So ist es,« bestätigte Milburn. »Jedoch ein äußerst vulgärer Ausdruck dafür, eher ein Schimpfwort.« Holmes nickte. »Ich verstehe.« meinte er. »Und können Sie sich erklären, warum dieses Wort hier hinterlassen wurde?« »Keinesfalls,« entgegnete Milburn, beinahe entrüstet. »Miss Leblanche war eine untadelige, moralisch höchst integre junge Dame. Eine derartige Herabwürdigung hat sie nicht verdient. Diese Diffamierung erscheint mir gänzlich haltlos.« »Der Mörder hat dies wohl anders gesehen,«, kommentierte Holmes. »Es wird sich im Zuge der Ermittlungen gewiss zeigen, ob dieses Wort ein Anhaltspunkt oder aber ein Ableckungsmanöver ist. Wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Miss Leblanche möge nach ihrem Leben nicht auch noch ihren guten Ruf verlieren.« »Ich danke Ihnen, Mr. Holmes«, sagte Milburn, nun ein wenig beruhigt. »Wenn Sie mir jetzt in den Keller des Verwaltungsgebäudes folgen wollen, so zeige ich Ihnen die sterblichen Überreste der bedauernswerten Miss Leblanche. Sie werden starke Nerven brauchen, meine Herren.« Diese Ankündigung des Direktors erwies sich als berechtigt. Milburn selbst wollte sich den aberweiligen Anblick ersparen, hatte am Ende der Treppe kehrt gemacht und uns alleine gelassen. Er würde einstweilen die Liste der Angestellten vorbereiten. Man hatte den Leichnam von Miss Leblanche in einen natürlichen Kühlraum unterhalb des Hauptgebäudes gebracht, auf einen Tisch gelegt und mit einem Laken zugedeckt. Als ich das Leintuch zurückschlug, bot sich uns tatsächlich ein grauenhafter Anblick. Das Gesicht des Opfers war zwischen den beiden Ohren nur noch eine formlose rote Masse. Als hätte man es durch den Fleischwolf gedreht. Der Täter hatte es förmlich zu Brei geschlagen. Die Schädeldecke war zertrümmert, das Unterkiefer einseitig gelöst, vereinzelt schimmerten lose weiße Zähne hervor. Das blutig verklebte Haar verschmolz mit dem Rest des Kopfes zu einer unförmigen Einheit. Augäpfel konnte ich keine mehr entdecken. Derartiges hatte ich bislang nur auf den Schlachtfeldern furchtbarer Kriegsschauplätze gesehen. Auch der Oberkörper war von den Schlägen maltretiert. Das Brustbein und eine Reihe von Rippen waren gebrochen, einige hatten sich durch Fleisch und Haut gebohrt und ragten nun beinahe aufrecht hervor. Mich durchfuhr das drängende Bedürfnis, Milber nach oben zu folgen, doch zwang ich mich zur gewissenhaften Untersuchung des Körpers. Unterhalb der Taille war er beinahe unversehrt. Nur wenige Schläge dürften, eher unbeabsichtigt, Hüfte und Beine getroffen haben. Auch die Arme wiesen nur wenige Flecken auf, was darauf schließen ließ, dass das Opfer keine Abwehrversuche unternommen hatte bzw. nicht mehr dazu in der Lage war. Ich schüttelte unwillkürlich den Kopf und warf Holmes einen hilflosen Blick zu. Dann bedeckte ich den Leichnam wieder mit dem Laken und atmende tief durch. »Ich muss gestehen«, begann ich, »so etwas ist mir noch nicht untergekommen. Mir fehlen ein wenig die Worte. Nur ein bestialisches Ungeheuer könnte derartiges einem Menschen antun. »Unterschätzen Sie niemals die Bestie Mensch«, meinte Holmes, »das Brutalste aller Untiere und bedauerlicherweise auch das Einzige, das dazu befähigt ist, sich durch den Einsatz von Waffen noch mehr Geltung zu verschaffen. Lassen Sie sich nur Zeit, mein lieber Watson, und sagen Sie mir dann, was uns dieser Leichnam verrät.« Ich zog mein Taschentuch hervor und wischte mir über die Stirn, obwohl es im Keller äußerst kühl war. Meine Gedanken gerieten wieder in Ordnung und ich konnte durchaus einige Feststellungen tätigen. »Zunächst ist evident«, erklärte ich langsam, »dass ein erheblicher Kraftaufwand nötig ist, um einen Körper derart zuzurichten. Doch ist es mit Kraft alleine nicht getan. Zweifellos wurde mit einem harten, festen Gegenstand auf Miss Leblanche eingeschlagen. Nicht zwingend das Metall, aber zumindest aus Hartholz. Und dies wurde längere Zeit fortgesetzt, als das Opfer bereits ohne Bewusstsein oder sogar schon tot war. Auch hierfür benötigte der Täter eine gewisse physische Konstitution und Ausdauer. »Wir suchen also nach einem kräftigen, körperlich robusten Täter«, fragte Holmes. »Das ist recht wahrscheinlich«, bestätigte ich. »Trotzdem ist anzumerken, dass diese Tat in Form, Ausführung und Fortdauer auch für ein gehöriges Maß an Wut oder Hass auf Täterseite spricht. Und mit der richtigen Emotion, der man freien Lauf lässt, kann jeder Mensch über sich selbst hinauswachsen. Gut möglich, dass eine Art unkontrollierter Raserei vorliegt.« Holmes überlegte einen Moment und erwiderte dann, »Man könnte aus der Form der Tat auch auf ein potenzielles Motiv schließen. Es muss sich um eine recht persönliche Angelegenheit gehandelt haben, um Rache, um eine Bestrafung vielleicht. Die Tötung an sich war nicht genug, es ging um mehr.« »Verschmähte Liebe?«, vermutete ich. »Eifersucht?« »Enttäuschung?« Doch Holmes hob sofort den rechten Zeigefinger. »Immer langsam mit den jungen Pferden«, mahnte er. »All dies ist denkbar. Doch wir wollen uns nicht auf reine Vermutungen verlassen, so naheliegend sie auch erscheinen mögen. Wir benötigen auch materielle Hinweise.« »Und wo finden wir die?«, fragte ich. Holmes deutete auf den Leichnam. »Genau da«, antwortete er, trat einen Schritt auf den Tisch zu und zog das Tuch neuerlich vom Kopf des Opfers. »Vorhin schien mir so, als hätte ich etwas entdeckt. Seien Sie doch so gut, Watson, und reichen Sie mir eine Pinzette.« Ich tat wie befohlen, öffnete meine Arzttasche und überreichte Holmes das gewünschte Werkzeug. Dieser begann im Gesichtsbereich des Opfers herumzustochern. Ich wollte schon die Augen schließen, als Holmes verkündete, »Voilà! Da haben wir unseren Hinweis!« Er legte sein Pfundstück, doppelt so lang wie ein Zündholz und deutlich dicker, in ein Taschentuch und präsentierte es mir. »Sehen Sie, Watson, ein Holzsplitter! Ich möchte wetten, dass er von der Tatwaffe stammt!« Ich übernahm den blutverklebten Gegenstand und reinigte ihn mit dem destillierten Wasser, das ich in der Arzttasche hatte. Und tatsächlich, es handelte sich eindeutig um ein kleines Stück Holz. Ich gab es Holmes zur genaueren Betrachtung zurück. Dieser stellte nach wenigen Sekunden fest, »Vermutlich Eschenholz. Auf der einen Seite ist der Splitter rau, hier dürfte die Bruchstelle sein. Die andere Seite, offenbar die Oberfläche der Tatwaffe, ist glatt, sichtlich geschliffen und lackiert. Am einen Ende deutet sich eine Biegung an.« »Was? Mag das nur sein?« fragte ich und hatte nicht den Funken einer Ahnung. Holmes legte den Kopf auf die Seite. »Eine steht jedenfalls fest. Wenn wir den Gegenstand finden, von dem eben dieses Stück abgesplittert ist, so hätten wir die Mordwaffe. Nun, wie dem auch sei, wir werden später darauf zurückkommen müssen.« Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass ich das passende Gegenstück schon einmal gesehen hatte oder zumindest etwas Vergleichbares. Doch bevor ich den Gedanken vertiefen konnte, trieb mich Holmes zur Eile an. »Kommen Sie schon, Watson!« rief er, während er unseren Hinweis einsteckte und voran zur Treppe ging. Einigermaßen ratlos folgte ich Holmes, nachdem ich den Leichnam wieder zugedeckt hatte. Auf dem Weg zum Milburns Büro kam uns dessen Sekretärin entgegen und hielt uns auf. »Meine Herren«, sagte sie und überreichte uns ein Blatt Papier. »Hier ist die Liste der Angestellten der Walsingham School, um die Sie gebeten hatten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden Sie die meisten davon in Ihren privaten Räumlichkeiten vorfinden.« Es war später Nachmittag und der Unterricht für heute beendet. Wir beschlossen daher, die Lehrkräfte umgehend aufzusuchen, um sie nach ihren Wahrnehmungen zu befragen. Danach würden wir das Haushalts-, Küchen- und Sicherheitspersonal besuchen. Als wir nach annähernd eineinhalb Stunden das Wohngebäude des pädagogischen Personals wieder verließen, waren wir so klug wie zuvor. Alle Lehrerinnen und Lehrer hatten Miss Leblanche als stets freundliche und geschätzte Kollegin beschrieben. Nach dem gemeinsamen Dinner am fraglichen Abend, als alle ihre Privatgemächer aufgesucht hatten, war sie nicht mehr gesehen worden. In der folgenden Mordnacht hatte niemand etwas Auffälliges bemerkt. Wir setzten unseren Weg fort zum Haupteingang des Areals, wo die beiden Sicherheitsleute Floyd und Lloyd stationiert waren, wenn sie sich nicht auf einem routinemäßigen Rundgang befanden. Die beiden ehemaligen Soldaten, die bereits vor einigen Jahren aus dem Militärdienst ausgeschieden waren und nun hier ihre Rente aufbesserten, saßen in ihrer Baracke an einem einfachen Holztisch. Auf diesem standen eine Flasche billiger Whisky und zwei Gläser. »Meine Herren«, begann Holmes, »wir wollen Sie nicht lange belästigen, da Sie als Sicherheitskräfte des Instituts gewiss viel beschäftigt sind. Was können Sie uns über die Mordnacht sagen?« Floyd schenkte sich ein Glas ein und antwortete, »Nicht viel, Mr. Holmes.« »Eigentlich gab es keinerlei besondere Vorkommnisse. Alles normal, alles ruhig. Wir machen unsere letzte Runde durch die Anlage immer etwa um Mitternacht und zu diesem Zeitpunkt schien alles hier in Ordnung zu sein.« »Ist es Ihrer Ansicht nach möglich,« setzte Holmes fort, »dass der Täter von außen auf das Gelände und in das Wohnhaus eingedrungen ist?« Die beiden Waliser sahen einander kurz an, dann schenkte sich Lloyd ein Glas Whisky ein. »Kam«, behauptete er, »das einzige Tor befindet sich hier und wir haben es die ganze Nacht bewacht. Ein Überwinden der Mauern oder Zäune wäre mit erheblichem Aufwand und einiger Zeit verbunden. Nicht undenkbar, aber unwahrscheinlich.« »Ich verstehe,« antwortete Holmes und ging ein paar Schritte in der kargen Baracke auf und ab. Als er wieder neben mir zu stehen kam, stieß ich ihn sanft in die Rippen und deutete auf den Tisch. Ein Bein fehlte, weswegen die Tischplatte an dieser einen Ecke von unten mit Holzkisten stabilisiert wurde. Holmes nickte mir zu, brachte das Gespräch aber nicht darauf. Währenddessen stießen die beiden ehemaligen Soldaten wortlos mit ihren Gläsern an und tranken sie in einem Zug aus. Damit war jedoch auch die Flasche leer und Floyd erhob sich. Er humpelte zu einem Schrank, aus dem er eine neue Flasche holte. Wir beobachteten den Vorgang aufmerksam. »Sie haben eine Beinverletzung?« fragte ich. Floyd lachte und setzte sich mühsam wieder auf seinen Stuhl, öffnete die Flasche und füllte erneut die Gläser. »Eine Beinverletzung? Nein, Dr. Watson, denn das würde ein Bein voraussetzen.« Er zog die Hose am unteren Ende ein wenig nach oben, woraufhin ein Holzbein zum Vorschein kam. Mit zwei Handgriffen konnte er es abnehmen. »Ein Andenken aus dem Krieg gegen die Buren,« erklärte er. »Leider habe ich meinen Unterschenkel umsonst gegeben, aber wir werden uns Transwal später holen.« »Gewiss«, entgegnete ich. »Königin und Vaterland sind Ihnen zweifellos dankbar für Ihren Einsatz.« Floyd machte eine abwehrende Handbewegung, nahm sein Glas und trank es abermals in einem Zug leer. Das Holzbein blieb auf dem Tisch liegen. »Wenn wir schon von verlorenen Beinen sprechen,« meinte Holmes ein wenig taktlos, »was ist denn mit Ihrem Tischbein geschehen?« »Das war morsch und ist gebrochen,« antwortete Lloyd ohne Zögern. »Und wo ist das jetzt?« Lloyd zeigte auf den Kamin und sagte, »Verbrannt!« Dann trank auch er sein Glas aus. Holmes nickte. »Nun gut,« meinte er und orientierte sich bereits in Richtung Tür. »Wir wollen Sie nicht weiter von Ihrer Arbeit abhalten. Guten Abend!« Die beiden Waliser lachten kurz und schenkten sich dann abermals einen Whisky ein. Ansonsten ignorierten sie unsere Verabschiedung mehr oder minder. Wir verließen die Baracke und machten uns auf den Weg zurück zum Verwaltungsgebäude. »Bemerkenswert,« sagte ich, als wir einige Schritte von der Hütte entfernt waren. »Mit einem Schlag haben wir gleich zwei potenzielle Tatwaffen.« »Zügeln Sie Ihre Aufregung, mein lieber Watson,« entgegnete Holmes ruhig. »Wir haben gar nichts. Sollte das fehlende Tischbein die Tatwaffe gewesen sein, so ist es bereits zu Asche zerfallen. Es ist aber ohne dies anzunehmen, dass dieses Holz nicht belastbar genug gewesen wäre. Bei den kräftigen Schlägen, denen das Opfer ausgesetzt war, wäre das Tischbein wohl zerborsten.« »Und Floyds hölzerne Prothese?« insistierte ich. Holmes blieb stehen und machte ein amüsiertes Gesicht. »Seien Sie mir nicht böse,« erklärte er, »aber wir befinden uns nicht in irgendeinem Yankee-Groschen-Roman. Im richtigen Leben sind Holzbeine keine praktikablen Waffen, da man sich dann ja der eigenen Standfestigkeit beraubt. Von der Umständigkeit gar nicht zu reden. Diese Absurdität können Sie sich gleich wieder aus dem Kopf schlagen.« Ich war ein wenig enttäuscht über Holmes' Antworten, musste aber einsehen, dass seine Einwände berechtigt waren. »Sie haben wohl recht,« gestand ich, »aber erlauben Sie mir die Bemerkung, dass Sie eine etwas entmutigende Art an den Tag legen.« Abermals lächelte Holmes, um dann den Weg wieder aufzunehmen. »Mein lieber Watson,« meinte er dabei, »Sie mögen es entmutigend empfinden, doch so liegen nun mal die Fakten. Wir haben keine Tatwaffen entdeckt und bestimmt auch keine Mörder kennengelernt.« »Wie meinen Sie das?« fragte ich sofort. »Nun,« begann Holmes. »Sie haben die beiden doch gesehen. Sie sind Kriegsinvalide und Trinker. Unsere ehemaligen walisischen Helden des Empires wären heute nicht mehr in der Lage, eine solche Tat zu begehen. Auch fällt jedes Motiv. Wir wissen nur, dass wir nichts wissen. Denn die beiden sind aufgrund ihres Alkoholismus auch keine brauchbaren Zeugen. Sie hätten es in der fraglichen Nacht nicht einmal bemerkt, wenn neben ihrer Baracke eine Granate explodiert wäre.« Auch diese Einschätzung von Holmes war zutreffend. Wir waren inzwischen wieder vor dem Verwaltungsgebäude angekommen und traten ein, um dem Direktor Bericht zu erstatten. »Es ist bedauerlich, dass noch keine konkreten Ergebnisse vorliegen,« kommentierte Milburn, nachdem er unsere Ausführungen zu Ende gehört hatte. »Ich darf nochmals daran erinnern, dass wir auf rasche Ergebnisse angewiesen sind. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Eltern unserer Schülerinnen die Geduld verlieren und aus Sicherheitsgründen ihre Töchter nach Hause holen. Das wäre unser Ruin.« »Ich versichere Ihnen,« entgegnete Holmes, »dass wir im Zuge unserer Bemühungen das finanzielle Überleben ihrer pädagogischen Einrichtung gleich an die zweite Stelle rein, nachdem der Mörder von Miss Lemblanche zur Verantwortung gezogen wurde.« Milburn atmete tief durch. »Sie müssen entschuldigen, meine Herren,« sagte er dann langsam, »aber Sie werden sicher verstehen, dass ich selbst immens unter Druck stehe. Bitte vergessen Sie meine missverständliche Bemerkung.« »Selbstverständlich, Mr. Milburn.« Logisch. Beiderlei Interessen dürften ja ohne dies zusammenfallen. Es wird gewiss nicht mehr lange dauern, bis wir den Täter an dieser Stelle brachen meine Worte ab, denn ich hatte an der Wand hinter Milburn Schreibtisch eine Entdeckung gemacht. »Bis wir den Täter zweifelsfrei überführen können,« setzte Holmes meinen Satz fort, um sich dann wieder an mich zu wenden. »Was ist denn Watson?« flüsterte er. Ich deutete mit den Augen auf die fragliche Wand. Holmes folgte meinem Blick und sah ebenfalls, was mich hatte stocken lassen. Zwei überkreuzte Hockeyschläger, die dort befestigt waren. In Farbe und Lackierung schienen sie zweifelsfrei zu unserem beim Leichnam gesicherten Fundstück zu passen. »Sie spielen Feldhockey an der Welsingham School?« fragte Holmes scheinbar völlig nebenbei. »So ist es,« antwortete Milburn. »Hockey ist eine vortreffliche sportliche Betätigung für Mädchen und junge Damen. Nicht zu körperbetont, als dass die weibliche Physis Schaden nehmen oder entwürdigt werden könnte, aber doch körperlich fordernd. Unser Team der 17- und 18-Jährigen gehört zu den Führenden in Südengland. Es ist unser ganzer Stolz. Und Miss Murphy, unsere Sportlehrerin, ist eine ausgezeichnete Trainerin. Wir haben sie nicht zuletzt deswegen aus Kork geholt.« »Interessant,« murmerte Holmes, mir für sich, um mich so dann langsam vom Schreibtisch wegzuziehen. »In Ordnung, Mr. Milburn,« meinte er, »wir werden uns nun wieder unseren Ermittlungen widmen, zumal noch einige Befragungen offen sind. Sie entschuldigen uns.« Ich folgte Holmes auf den Gang, wo ich triumphierend feststellte, »nun haben wir aber unsere Tatwaffe gefunden, ein Hockeschläger.« »Ganz Aber welcher Hockeschläger?« »Feldhockey ist eine der wichtigsten sportlichen Aktivitäten dieser Einrichtung, wie wir gehört haben. Was denken Sie, wie viele Hockeschläger es hier gibt?« Ich begann mit einer Überschlagsberechnung, doch Holmes stoppte mich sofort. »Hören Sie auf, zu kalkulieren,« befahl er. »Das war letztlich eine rhetorische Frage. Wir müssen nur einen einzigen Schläger finden, wenn wir denjenigen finden, von dem unser Fundstück abgesplittert ist, so haben wir die Mordwaffe. Daher werden wir nun umgehend Miss Murphy aufsuchen, die sportliche Leiterin des Hockey-Teams.« Die junge Sportlehrerin Miss Murphy, die aus Irland stammte, war überraschenderweise eine äußerst zierliche Person, die somit als Täterin schnell ausschied. Wir fanden sie in den Kabinen bei den Sportanlagen, wo sie mit Vorbereitungen für den morgigen Tag beschäftigt war. Rasch zeigte sich, dass Miss Murphy die erste von uns befragte Person an der Wellsingham School war, die sich über den gewaltsamen Tod von Miss Leblanche nicht nur schockiert, sondern emotional betroffen zeigte. Und sie bemühte sich auch in keinster Weise dies zu verbergen. »Wir dürfen davon ausgehen, Miss Murphy«, stellte Holmes fest, »dass Sie und Miss Leblanche befreundet waren?« Die Angesprochene unterdrückte eine Träne und nickte. »Das dürfen Sie«, schluchzte sie. »Dürfen wir auch erfahren, « setzte ich fort, »wie gut Sie befreundet waren.« Miss Murphy blickte mich ernst an. »Wir waren sehr, sehr gute Freundinnen, Dr. Watson. Wir haben fast jede freie Minute miteinander verbracht.« »Auch in der Mordnacht?« fragte Holmes unvermittelt und überraschend. Die Sportlehrerin blieb gefasst. »Nein, Mr. Holmes«, antwortete sie ruhig. »In jener Nacht ging ich früh zu Bett, da wir einen äußerst anstrengenden Tag auf der Sportanlage hinter uns hatten. Ich war in meinem Gemach und alleine.« Holmes holte nun den bei Miss Leblancs Leichnam gefundenen Splitter aus der Tasche. »Wir hätten noch eine Bitte,« erklärte er und wickelte das Stück Holz aus seinem Taschentuch, um es Miss Murphy zu überreichen. »Würden Sie sich dieses Bruchstück ansehen, könnten Sie uns sagen, woher es stammt?« Miss Murphy nahm den Splitter entgegen und musste tatsächlich nicht lange nachdenken, um unseren Verdacht zu bestätigen. »Das ist einfach, meine Herren,« sagte sie sofort. »Dieser Teil stammt definitiv von einem unserer Hockeyschläger. Man kann es an der Außenseite deutlich erkennen an Farbe, Form und Bearbeitung.« »Es besteht kein Zweifel,« versicherte sich Holmes. »Kein Zweifel,« bestätigte Miss Murphy. »Offenbar ist eines unserer Spielgeräte beschädigt. Wir werden es austauschen müssen. Woher haben Sie das Bruchstück?« Holmes zögerte einen Augenblick. Dann behauptete er, »Wir haben es am Rande der Anlage gefunden. Eine Frage noch, wo befinden sich die Hockeyschläger der Schule?« »Gleich nebenan,« antwortete Miss Murphy. »In der Hütte mit den Sportgeräten. Wir holen sie zu Beginn wieder Übungse raus und jedes Mädchen nimmt sich seinen Schläger.« Sofort wurde Holmes hellhörig. »Seinen Schläger?« wiederholte er. »Soll das bedeuten, jedes Mädchen hat einen eigenen Hockeyschläger?« »Nicht in dem Sinne, dass er ihnen wirklich gehören würde,« erklärte Miss Murphy. »Aber ein Hockeyschläger ist ein Sportgerät, an das man sich gewöhnt. Die Mädchen greifen daher immer zum gleichen Schläger. Sie sind an farblichen Markierungen am Griff zu unterscheiden.« Holmes überlegte einen Moment. Dann meinte er, »Wir können also denjenigen Schläger, von denen die Absplitterung stammt, einer bestimmten Schülerin zuordnen?« Die Sportlehrerin nickte. »Im Prinzip schon,« antwortete sie. »Aber mein persönliches Erinnerungsvermögen ist damit leider überfordert. Wenn sie jedoch die Mädchen fragen, so weiß jedes, welcher sein Schläger ist. Sie können morgen früh um neun Uhr zum Trainingsbeginn kommen. Dann lässt sich zweifelsfrei feststellen, welche Schülerin ansonsten mit dem beschädigten Schläger spielt. Aber Mr. Holmes, warum ist das überhaupt wichtig?« Wir konnten Miss Murphy ansehen, dass sie die wahrheitsgemäße Antwort bereits kannte. Es hatte offenkundig keinen Sinn mehr, sie diesbezüglich im Unklaren zu lassen. »Es besteht Grund zur Annahme,« erklärte Holmes, »dass es sich bei dem fraglichen Hockeyschläger um die Tatwaffe beim Mord an Miss Leblanche handelt.« Trotz ihrer Ahnung zeigte sich Miss Murphy irritiert, denn nun wurden ihr die Konsequenzen dieses möglichen Zusammenhangs bewusst. »Das bedeutet,« stotterte sie, »dass eine Schülerin Claire, ich ermordet hat.« Auch mir wurde in diesem Moment klar, dass dies schwer vorstellbar war. Nichtsdestoweniger deutete alles darauf hin. »Wir werden das morgen feststellen,« meinte Holmes, »und wir müssen vorsichtig vorgehen, ohne dass Verdacht geschöpft wird. Ich muss Sie dringend bitten, Miss Murphy, mit niemanden über den Inhalt unserer Unterhaltung zu sprechen. Die Überraschung ist essentiell für unseren Erfolg. Miss Murphy nickte. »Natürlich, Mr. Holmes,« antwortete sie leise, »ich werde alles tun, um die Mörderin von Miss Leblanche zur Verantwortung zu ziehen.« Wir Wir verabschiedeten Wir verabschiedeten uns und kehrten abermals zum Verwaltungsgebäude zurück, um Mr. Millburn Millburn aufzusuchen. Ohne den Direktor genauer 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 unseren Plan in Kenntnis zu setzen, vereinbarten wir mit ihm, am nächsten Tag um neun Uhr morgens am Hockefeld zu erscheinen. Er wies uns ein Apartment im Lehrerhaus zur Nächtigung zu, in das wir uns umgehend zurückzogen. Als wir bereits in unseren Betten lagen, die in einem kleinen Raum nebeneinander standen, sprach ich Holmes noch einmal an, denn die Aussicht auf eine Schülerin als Täterin ließ mir keine Ruhe. »Holmes!« flüsterte ich. »Schlafen Sie schon!« »Jetzt nicht mehr!« antwortete dieser mit einem leicht vorwurfsvollen Ton. »Was gibt es denn, Watson?« »Glauben Sie wirklich, dass eines der Mädchen Miss La Blanche ermordet hat?« fragte ich. Holmes schwieg einige Sekunden, dann sagte er, »Nein, diese Mädchen sind siebzehn oder gerade achtzehn Jahre alt. Es ist kaum denkbar, dass eines von ihnen körperlich in der Lage wäre, eine erwachsene Frau zu erschlagen, geschweige denn so übel zuzurichten, wie es der bedauernswerten Miss La Blanche geschehen ist. Ich fühlte mich bestätigt und meinte, eben, so sehe ich es auch. Aber wer war dann der Täter? Holmes atmete deutlich hörbar tief durch, um mich dann zu belehren, mein lieber Watson, Sie hören mir nicht richtig zu und stellen die falschen Fragen. Ich sagte, ein Mädchen wäre dazu nicht in der Lage. Mehrere Mädchen gemeinsam könnten eine solche Tat sehr wohl durchführen. Daher lautet auch die korrekte Frage, wer sind die Täterinnen? Sobald wir jedoch eine überführt haben, werden die Mädchen nacheinander umfallen. Sie werden einander denunzieren und die Mittäterinnen schnell benennen. So viel ist gewiss. Schließlich sind es noch halbe Kinder. Aber wo ist das Motiv? hackte ich nach. Das werden uns die jungen Damen morgen selbst darlegen müssen, antwortete Holmes. Es muss jedenfalls auf einer tiefgehenden gemeinsamen Anschauung und Überzeugung beruhen. Nur dies rechtfertigt Konspiration und Brutalität in diesem Ausmaß. Versuchen Sie nun zu schlafen, Watson, denn morgen werden wir all unsere Konzentration und taktische Flexibilität benötigen, damit unser Plan aufgeht. Binnen kürzester Zeit war von Holmes nur noch das sonore, tiefe Atmen zu hören, das seinen Schlaf begleitete. Ich für meinen Teil würde heute Nacht kaum wirklich Ruhe finden. Am nächsten Morgen machten wir uns gemeinsam mit Mr. Milburn vereinbarungsgemäß auf den Weg zum Hockeyfield, wo wir pünktlich um 9 Uhr eintrafen. Ebenfalls anwesend waren Floyd und Lloyd, die der Direktor sicherheitshalber herbeikommandiert hatte, sowie 16 Mädchen in ihrem Sport gewandt. Allein Miss Murphy war nicht zur Übungseinheit erschienen. Nachdem wir einige Minuten zugewartet hatten, meinte Milburn, das ist äußerst untypisch für Miss Murphy, normalerweise kommt sie nie zu spät. Er schickte die beiden Sicherheitsleute fort, damit sie nach der Sportlehrerin suchten. Während ich ein wenig beunruhigt war, wollte Holmes den Plan trotzdem durchführen. Gemeinsam mit dem Direktor holte er das Bündel mit den Hockeyschlägern aus dem Geräteraum, legte es am Rande des Spielfeldes ab und schnürte es auf. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung. Wenn einer oder mehrere der Schläger als Waffe bei dem blutigen Angriff verwendet worden waren, so ist danach offenbar eine gründliche Reinigung erfolgt. Holmes trat auf die in einer Reihe aufgestellten 16 Mädchen zu und sprach sie an. »Guten Morgen, meine Damen. So wie es aussieht, ist Miss Murphy verhindert. Das sollte dem Training nicht im Wege stehen. Würden Sie nun bitte alle ihre Hockeyschläger holen?« Doch kein einziges Mädchen bewegte sich. Alle blieben in Reih und Glied stehen. »Habe ich mich unklar ausgedrückt?« fragte Holmes, der natürlich wusste, dass dies nicht der Fall war. »Ich habe sie ersucht, ihre Hockeyschläger an sich zu nehmen.« Nichts regte sich. Die Schülerinnen standen stramm wie Gardesoldaten. »So viel zu unserem Plan«, flüsterte ich Holmes ins Ohr. Doch dieser ließ sich nicht beirren. »Mr. Milburn«, sagte er, »wären Sie so freundlich, uns Ihre Autorität zu leihen?« Der Direktor stellte sich nun vor den Mädchen auf und wiederholte Holmes Aufforderung. »Meine Damen, Sie haben es gehört, bitte an die Spielgeräte.« Doch auch Milburn hatte keinen Erfolg. »Ich insistiere!« rief er ein wenig hilflos. Endlich gab es wenigstens eine Antwort. »Sie können uns nicht dazu zwingen!« stellte eines der Mädchen nüchtern fest. Holmes ging zu den am Boden liegenden Hockeyschlägern und fasste binnen Sekunden denjenigen heraus, von dem die Absplitterung stammte. »Da hat die junge Dame wohl recht«, meinte er. »Aber es ist auch gar nicht notwendig, dass sich die richtige Spielerin meldet. Miss Murphy hat uns bereits gestern gesagt, wer mit »Und dieser Schläger ist, wie sie offenbar schon alle zu wissen scheinen, eine Mordwaffe. Ich werde nun enthüllen, wer die Täterin ist.« Diese Ankündigung sorgte kurz für Unruhe in der Reihe der Schülerinnen. Doch ich wusste, dass Holmes blöffte. »Dies ist ihre letzte Chance«, setzte Holmes fort. »Wenn sich die Täterin jetzt von sich aus zu erkennen gibt, so wird das Gericht beim Strafmaß gewiss ein wenig Nachsicht walten lassen. Andernfalls jedoch kann ich für nichts garantieren.« Er legte den beschädigten Schläger zwischen sich und die Reihe der Mädchen auf den Rasen. »Also, wem gehört dieses Sportgerät?« Die Anspannung war fühlbar. Holmes blickte jeder einzelnen Schülerin nacheinander ins Gesicht. »Ich warte, jetzt oder nie,« rief er und begann rückwärts zu zählen. »Fünf, vier, drei, zwei, eins.« Da trat eine Schülerin einen Schritt aus der Reihe hervor und verkündete, »Das ist mein Schläger. Ich habe Miss Leblanche erschlagen.« Holmes atmete erleichtert auf. Er wollte schon Milburn nach dem Namen des geständigen Mädchens fragen, als etwas Unerwartetes geschah. Eine zweite Schülerin trat vor und behauptete, »Sie lügt! Der Schläger gehört mir! Ich habe die Tat begangen!« Ich sah Holmes überrascht an. Dieser schüttelte irritiert den Kopf, denn er ahnte bereits, was folgen sollte. Im nächsten Moment verließ nämlich das nächste Mädchen in die Reihe mit den Worten, »Das entspricht nicht der Wahrheit! Es ist mein Schläger!« Nacheinander meldeten sich auf diese Weise alle 16 Mädchen und reklamierten Schläger und Tat für sich, wobei jeweils alle anderen der Lüge geziehen geziehen und entlastet wurden. Während ich überlegte, ob man nun alle Schülerinnen verhaften müßte, wandte sich Holmes mit ernster Miene an mich, denn er wusste, was der ganze Vorgang bedeuten würde. »Das war's für uns«, erklärte er. »Sie haben uns überlistet. Mit 16 ineinander widersprechenden Geständnissen ist der Fall erledigt, nämlich im wörtlichen Sinn. Unter diesen Umständen kann kein Gericht eine Verurteilung aussprechen. Jede Anklage ist sinnlos. Sie meinen, fragte ich unglaublich, die Mädchen kommen damit davon? Holmes nickte. »Zu meinem Bedauern ist dies zutreffend, antwortete er. Solange sie zusammenstehen und bei ihrer Vorgangsweise bleiben, ist nichts zu machen. Dann ging er wieder auf die Mädchen zu. »Meinen Glückwunsch«, sagte er. »Sie haben gewonnen, dank gemeinsamer Disziplin und gegenseitiger Solidarität. Aber eine Angelegenheit gäbe es noch. Was könnte der Anlass sein, die gutmütige Miss Leblanche zu ermorden? Ungeachtet der Frage, wer nun die wahre Täterin oder die Täterinnen waren? Was wissen Sie über das Opfer, was ich nicht weiß? Die Schülerinnen bildeten in Sekundenschnelle einen Kreis und berieten sich. Dann stellten sie sich wieder in einer Reihe auf auf und eines der Mädchen erklärte, Miss Leblanche war eine üble Sünderin. Sie verging sich gegen die Gesetze Gottes und trieb schwere Unzucht. Wiederholt lag sie neben einer anderen Frau zu Bette. Das ist gegen die göttliche Ordnung und verlangt strengste Sühne. Holmes und ich sahen einander an und hatten sofort denselben Gedanken. Miss Leblanche und Miss Murphy waren nicht nur beste Freundinnen gewesen, sondern führten auch eine körperliche Beziehung und die Schülerinnen mussten dies bemerkt haben. Dass sie sich dadurch jedoch auch veranlasst sahen, selbst zur Tat, zur Bestrafung schreiten zu müssen, ließ auf einen geradezu völlig aus dem Ruder gelaufenen religiösen Eifer schließen. Wir sind hier fertig, stellte Holmes resigniert fest, und verließ den Sportplatz in Richtung Hauptgebäude. Ehe ich ihm folgte, blieb ich neben Milburn stehen und sagte, Herr Direktor, ich gratuliere Ihnen zur erfolgreichen Vermittlung der festen Werte des christlichen Glaubens zum Wohlwollen des Herrn. Dies gilt auch für Reverend Newton. Möge Gott Ihnen vergeben. Damit ließ auch ich die bizarre Szenerie hinter mir. Als ich schon einige Schritte entfernt war, hörte ich Milburn Stimme, der die Mädchen auf ihre Zimmer schickte und ankündigte, ihre Eltern zu einem ernsthaften Gespräch vorzuladen. Während der Zugfahrt zurück nach London, die wir so rasch wie möglich antraten, schwiegen wir beide. Auch mir stand diesmal nicht der Sinn nach Konversation. Ebenso wenig konnten mich Landschaft, Brücken und Gebäude erfreuen. Ich dachte an die sinnlos verlorenen Leben, an Miss LeBlanc und an Miss Murphy, denn für mich bestand kein Zweifel, dass die Schülerinnen während der vergangenen Nacht auch sie ermordet hatten, diesmal jedoch etwas unauffälliger. Es war anzunehmen, dass ihr Leichnam in den nächsten Tagen irgendwo in Bristol oder dessen Umgebung auftauchen würde. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, dass wir dann die Ermittlungen wieder aufnehmen könnten und vielleicht zumindest den zweiten Mord aufklären, der Holmes würde nicht an den Ort seiner Niederlage gegen eine Schulklasse zurückkehren. Dass es der Schulleitung und vermutlich insbesondere dem unterrichtenden Priester gelungen war, gewiss entgegen ihrer eigentlichen Intention, die Mädchen so weit zu radikalisieren und zu manipulieren, dass sie glaubten, die Ordnung Gottes gegen widernatürliche Handlungen mittels Mord verteidigen zu müssen, ist von besonderer Tragik. Für mich als Mediziner stand fest, dass homosexuelle Neigungen erst kürzlich hatte ein österreichisch-ungarischer Kollege diesen Begriff für die gleichgeschlechtliche Liebe eingeführt, keineswegs Verwirrungen des Geistes entsprangen, sondern angeboren und somit Teil der menschlichen Natur waren, ob einem dies nun gefiel oder nicht. Und ob man nun der Schöpfung oder der Evolution den Vortritt ließ oder aber beides miteinander verbannt, so steht meines Erachtens Fest, dass nichts am Menschsein der natürlichen oder göttlichen Ordnung widerspricht, solange niemand anderer dabei geschädigt wird. Diejenigen, die sich in diesem Fall versündigt hatten, waren genau die, die der Sünde entgegentreten wollten. Die Mädchen, die sich als Werkzeuge Gottes verstanden, waren zu Handlangerinnen des Teufels geworden. Den schliesslichen Ausgang der ganzen Angelegenheit entnahmen Holmes und ich rund eine Woche nach unserer Rückkehr nach London der Zeitung. Unsere Befürchtungen bezüglich Miss Murphy wurden bestätigt. Ihre Leiche wurde im Hafen von Bristol angespült und zweifelsfrei identifiziert. Die örtliche Polizei konnte beide Fälle zu den Akten legen. Am Tag nach unserer Abreise waren überraschend doch noch zwei Zeugen aufgetaucht. Zwei ehemalige walisische Soldaten, so wurde vermeldet, konnten in beiden Fällen einen männlichen Täter von außerhalb der Schule beobachten und verfolgen, doch leider war er ihnen entkommen. Man ging davon aus, dass der Mörder mit einem vermutlich spanischen oder italienischen Schiff im Hafen angekommen und inzwischen längst wieder verschwunden war. Die Morde würden daher ungeklärt bleiben. Dass man Floyd und Lloyd mit einer Kiste Whisky bestechen konnte, damit sie im Nachhinein diese Aussage tätigten, stand außer Zweifel. Mich selbst versetzte diese billige und dumme Inszenierung in Rage. Das ist ein Skandal, Holmes, wetterte ich, als ich die Zeitung beiseite legte. Doch Holmes schüttelte bedächtig den Kopf. Nein, mein lieber Watson, erklärte er ruhig. Einen Skandal hätte es gegeben, wenn die Wahrheit ans Licht gekommen wäre. Die Schulleitung und die Eltern der betroffenen Mädchen haben sich wohl verständigt, einen solchen abzuwenden. Zum Vorteil aller Beteiligten. Zum Vorteil aller Beteiligten? Wiederholte ich ungehalten. Aristokratie, Geldadel und Kirche haben es sich wieder gerichtet. Zwei junge Frauen sind tot, aber alles ist in bester Ordnung. Das ist widerwärtig. Und blanker Hohn ist es, dass Mr. Milburn auch noch die Frechheit besaß, uns für unsere Ermittlungstätigkeit den vollen Lohn zu überweisen. Was dies betrifft, erklärte Holmes, kann ich sie beruhigen. Ich habe das Geld zu gleichen Teilen weiter nach Frankreich und Irland schicken lassen, an die Angehörigen von Miss Leblanche und Miss Murphy. Ich war gleichermaßen überrascht, wie er freut, auch wenn dies den Verlust der beiden Familien Danke, Holmes, sagte ich. Das war sehr anständig von ihnen. Aber was wird nun aus den Schülerinnen werden? Immerhin waren zumindest ein paar von ihnen, wenigstens zwei oder drei, direkt an den Morden beteiligt. Der Rest an Planung und Vertuschung. Sie wissen doch, mein lieber Watson, antwortete Holmes, es handelt sich durchwegs um Töchter aus gutem Hause. Sie werden an der Walsingham School ihren Abschluss machen und dann zu den treuen Ehefrauen, sorgsamen Müttern und umsichtigen Gesellschafterinnen der oberen und reichen Schichten von morgen werden. Niemand wird ahnen, dass es sich in Wirklichkeit um die Töchter des Bösen handelt.